ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute schauen wir uns diese tolle sportschuhe von adidas an die habe ich vor kurzem bekommen und die möchte ich euch natürlich zeigen ne quatsch das ist ein lego bausatz in kooperation mit adidas und zwar geht es schon um sportschuhe aber eben aus lego ich weiß nicht ob ihr das schon mal gesehen habt ich habe es vorher noch gar nicht gesehen gehabt es gibt jetzt wirklich sportschuhe aus lego die kann man natürlich nicht anziehen sondern die stellt man sich dann irgendwo schön ins regal als ausstellungsstück und da hat jetzt eben lego diese adidas superstar sneaker rausgebracht ich weiß nicht ob ihr die kennt die sind aus den 70er jahren schon sind also richtig gut angekommen und sind immer so ein dauerbrenner die haben auch diese zehn kappen so ein charakteristisches merkmal eben von diesen schuhen und da ist jetzt hier eben einer drin als bausatz mit 731 teilen und ich kann es ja mal aufmachen das ist ja hier einfach nur so zugeklappt und dann seht ihr auch schon wie der ausschaut richtig klasse hier mit aufdruck superstar dann haben wir hier die drei streifen dann hier oben natürlich das drei blatt logo von adidas und hier diese zehn kappe diese charakteristische und er hat sogar hier einen ganz normalen schnürsenkel mit dabei finde ich auch richtig klasse dass sogar so kleine details eben beachtet würden finde das sieht richtig klasse aus mit dabei ist dann auch noch so ein ständer wo man den schuh dann schön aufstellen kann und so eine kleine infotafel 1970 und so weiter da stehen halt so ein paar infos drauf insgesamt wie gesagt 731 teile das ganze set werde ich morgen mit meinem sohnemann zusammen aufbauen hier steht zwar lustigerweise 18 plus dran also nichts für kinder aber er ist lego fähig und warum soll er da jetzt nicht mitmachen beim aufbau verstehe ich jetzt gar nicht warum das erst ab 18 ist vielleicht weiß ein sammlerstück ist gibt es jetzt eigentlich immer mehr so sachen aus von lego die mehr so ausstellungsstücke sind und gar nicht mehr so zum spielen sind da habe ich jetzt schon öfters mal was im schaufenster oder im katalog oder online gesehen und da gehen sie halt einfach andere wege dass die ältere generation die auch damals lego fein war so wie ich auch noch ihren spaß hat und dann auch weiter bauen kann finde ich echt klasse dass das auch mit beachtet wird und das gefällt mir bestimmt sehr gut und wird auch bestimmten tollen platz bei uns finden ich würde sagen jetzt packen wir das kurz aus also dann machen wir mal auf dem karton da ist hier so ein klebestreifen drin muss nichts kaputt machen das wäre schade drum der karton der zieht natürlich auch schon klasse aus das sieht aus wie ein schuhkarton von adidas finde ich wirklich klasse dass die auch auf dieses detail geachtet haben so dann klappen wir das mal auf hier haben wir auch dieses adidas logo als lego sogar die rückseite von den lego bausteinen dann hier sogar so eingeschlagen richtig klasse und dann haben wir hier jede menge bauteile ihr seht schon typisch die nummerierung damit man es auch leichter wieder findet wo was drin ist nummer 6 nummer 1 das sind ewig viele teile nummer 1 haben wir zweimal nummer 1 dann nummer 7 nummer 2 nummer 3 nummer 4 und dann kommen hier noch so kommt hier noch so ein einzelnes teil raus dann hier der aufkleber können wir ja mal kurz anschauen shell 2 das superstar started as one as the most widely worn basketball model in the 1970s and became an icon sneaker soon after also das wird auf jeden fall darauf geklebt warum das jetzt nur auf englisch steht verstehe ich jetzt auch nicht so ganz hätten sie auf deutsch auch noch machen können aber ist egal und hier haben wir dann die ganze aufbauanleitung und dann hier paar infos noch richtig klasse gemacht seht ihr so haben die damals ausgesehen so ging es dann los 1970 und hier 2020 hat sich dann auch schon ein bisschen was verändert aber richtig klasse und dann sieht man so wie der aufgebaut wird hat also richtig viel teile drin verbaut und wie gesagt werden wir auf jeden fall morgen aufbauen zusammen und ich werde euch dann immer ein paar bilder machen mit der kamera und die schneide ich hier einfach hinten ans video ran damit ihr auch seht wie der baufortschritt so war und dann seht ihr dann auch das ergebnis am schluss damit ihr euch das vorstellen könnt wie der in live ausschaut jo das war es eigentlich schon wie gesagt 731 teile von den maßen ergibt es dann ein schuh von 12 x 27 x 9 cm also 27 daneben in der länge welche schuhgröße das ist kann ich euch auch nicht sagen auf jeden fall macht er natürlich ziemlich schlanken fuß glaube ich da wird man auf jeden fall spaß dran haben ja genau mehr gibt es da ich gar nicht zu sagen ach so man kann den schuh sowohl als einen rechten schuh machen als auch einen linken schuh habe ich irgendwo gelesen da gibt es dann die passenden teile wo man die daneben umgestalten kann ich war denn genauso machen wie er hier steht also so ein rechter schuh bringt mal da macht man nichts falsch wenn der so rum steht ja genau wie gesagt der rest der kommt jetzt hinten dran wie das aufgebaut würde das oder da oder da und da da Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 731 Teile wurden da verbaut und sogar ein Schnürsenkel ist mit dabei, seht ihr? Und leider Gottes hat ein Teil gefehlt und zwar genau dieses hier, wo sehr gut zu sehen ist. Das ist so ein Teil von diesem schwarzen Streifen, der hier eben fehlt. Ein Bauteil kann man nachbestellen bei Lego ohne Probleme. Ein Mail habe ich auch gemacht, ist aber jetzt halt ärgerlich, weil ich es fürs Video nicht dabei habe. Ich nehme den mal runter hier von der Halterung. Also übrigens die Halterung, die ist auch mit dabei. Hier nur beschriftet eben in Englisch. Und das lässt sich dann hier oben auch noch am Winkel anpassen und so weiter. Oder je nachdem wie man den haben möchte. Und so sieht der Superstar Sneaker jetzt eben in der Lego Version aus. Das Teil hier ist beweglich. Übrigens, das sind jetzt hier keinerlei Aufkleber, sondern das sind alles bedruckte Teile. Auch das hier Superstar oder innen, das ist alles kein Aufkleber. Und von daher finde ich das schon sehr hochwertig, weil das eben alles bedruckt ist. Hier die Schnürsenkel, ob man die jetzt wirklich so bindet, so steht es auf jeden Fall hier in der Anleitung drin. Gibt es auch andere Methoden. Hier hinten ist auch nochmal ein Druck drauf, seht ihr? Und so ist es halt eine richtig kultige Geschichte, die man sich schön irgendwo zu Hause in die Vitrine stellen kann. Finde ich sehr gut gelungen. Warum das jetzt ab 18 ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es halt kein Spielzeug ist, sondern eher so ein Ausstellungsstück. Dann schreiben die 18 plus hin. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Dann waren hier noch weitere Teile mit dabei. Und das hat auch einen guten Grund. Man kann diesen Schuh, das ist jetzt natürlich der rechte Schuh, Man kann diesen aber auch als linke Seite praktisch machen. Wer zum Beispiel dann ein ganzes Paar haben möchte, der kauft sich dann eben zwei von diesen Dingen. Und kann man das dann eben umbauen. Deshalb sind die Teile mit dabei. Ein paar waren mehr dabei, diese hier. Aber eins hat gefehlt, wie gesagt. So, und das ist jetzt die tolle Anleitung. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Weil hier auch ein paar Infos einfach nochmal drin sind. Zu den damaligen Zeiten, wo dieser Schuh dann eben auch entwickelt wurde. Seht ihr. So ging es dann da eben los. Und ein paar tolle Infos mit dabei. Genau. Ich denke mir, das war es. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht so erzählen. Es ist ziemlich schwer, das ganze Ding. Und hat eigentlich so fast originale Schuhgröße, muss ich sagen. Also das ist ja ein originales Schuhkarton von der Größe her. Und von daher ist es also wahrscheinlich eins zu eins von der Größe. Je nachdem, was man eben für eine Schuhgröße eben hat. So ein Basketballspieler lacht da drüber. Und die Seitenteile, die würden dann hier so rein befestigt. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Da sind dann hier so Halterungen dran, die das dann eben befestigen. Die sind dann ein bisschen beweglich sogar, die Teile. Und ja, der wird jetzt bei uns zu Hause in der Vitrine stehen. Und da eben so ein kleiner Hingucker sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich packe euch den Link zum Schuh unten in die Videobeschreibung mit rein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und vergesst nicht die Glocke zu drücken. Dann verpasst ihr auch keine neuen Videos, wenn einer rauskommt. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.